Der Naumburger Dom St. Peter und Paul ist das Herz der Saale-Undstod-Region. Einer hochmittelalterlichen Kulturlandschaft, die vorhat, UNESCO-Welterbe zu werden. Nirgendsonst auf der Welt hat sich auf engstem Raum eine so hohe Dichte an mittelalterlicher Baukunst und Landschaft erhalten. Eine einmalige Herrschaftslandschaft, eingebettet in die herrlichen Weinberge von Saale und Unstod. Hier ist das höfische Leben von einst zum Anfassen nah. Lebendige Geschichte, Orte weltberühmter Sagen. Faszinierende Zeitzeugen aus Stein. Eine historische Kulturlandschaft. Und die Krönung hochmittelalterlicher Skulpturkunst. Der Naumburger Dom und die hochmittelalterliche Kulturlandschaft an den Flüssen Saale und Unstod auf dem Weg zum Welterbe. Mit der Krönung hochmittelnor. Mit der Krönung hochmittel altered Sagen. Mit der Krönung hochmittel anderer Peter leaders tut. Untertitelung des ZDF, 2020